Ja, ihr Lieben, ich bin heute hier mit der Christine Seidel. Die Christine Seidel ist Traumatherapeutin und ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass sie ja gesagt hat, hier dabei zu sein, weil das Thema, über das wir sprechen werden, sexuelles Trauma, liegt mir auch sehr am Herzen und es ist einfach eine Ehre und sehr schön, eine Expertin hier dabei zu haben, mit der ich darüber sprechen kann und vor allem Fragen stellen kann. Somit herzlich willkommen, Christine. Ja, hallo. Ich freue mich auch. Voll schön, danke. Du kannst dich gerne selber mal vorstellen, vielleicht auch ein bisschen, wie du dazu gekommen bist, Traumatherapeutin zu werden, was du so machst. Ja, mache ich sehr gerne. Also letztendlich ist es so, dass ich natürlich in dem Bereich auch schon gearbeitet habe und als Coach und dann mit tiefenpsychologischer Psychotherapie und dann selber als Betroffene da quasi dran gekommen bin. Also ich hatte selber für 14 Jahre eine schwere Retraumatisierung und habe so ziemlich alles, was ich mit Klienten therapiere, selber durchgemacht. Das ist vielleicht so der Hintergrund, also auch ehemals komplex traumatisiert. Und es war dann halt sehr auffällig, dass immer mehr eben Leute zu mir kamen mit Traumahintergrund und dann habe ich dementsprechend eine Ausbildung in Somatical Experiencing gemacht, eine körperorientierte Traumatherapie. Und dann kamen ganz viele dazu, also EMDR und bei Michaela Huber, Traumafachberatung und Pädagogik, Trim, also ich kann es, glaube ich, gar nicht zählen. Also steht, genau, steht in meinem Buch, also ganz viele Auswirkungen, weil der Punkt einfach der ist, wenn du als Traumatherapeutin gut arbeiten willst, brauchst du halt einen Koffer an Möglichkeiten, also ganz verschiedene Werkzeuge, wobei Somatical Experiencing für mich da sicher der Königsweg ist. Aber ohne das andere möchte ich auch nicht sein, in keinster Weise, weil es doch eben so ist, die Leute, die zu mir kommen, die sind komplex traumatisiert, die haben mehrere Traumata und viele von denen haben eben schon ganz viel ausprobiert und was natürlich nicht funktioniert hat, weil eben Trauma muss mit Traumatherapie geheilt werden, so ist es einfach mal. Und genau, da muss man halt ein bisschen was im Hintergrund haben, damit es dann auch in der Praxis gut klappt und deshalb im Grunde lässt man sich als Traumatherapeutin immer weiter ausbilden, so ist es einfach. So, das ist so mein Hintergrund, ansonsten selber zwei Kinder, Erwachsene und so weiter. Cool, danke. Ja, du hast jetzt gerade schon spannende Sachen gesagt und ich möchte vor allem das Somatical Experiencing aufgreifen, weil ich das einen sehr interessanten Ansatz finde, dass man eben, so wie ich das verstehe, ist es eben, dass man durch das Somatical Experiencing diese Stresszyklen im Körper abschließt, die bei Trauma entstehen, aber sich nicht abschließen dürfen. Und wenn du das vielleicht nochmal ein bisschen auch in deinen Worten schildern könntest, für Leute, die nicht wirklich eine Ahnung haben, was das ist. Ja, also Peter Levine geht ja davon aus, also erstmal genau, ist Somatical Experiencing eine körperorientierte Traumatherapie, das heißt, man arbeitet sehr stark über die Körperempfindungen und Peter Levine, der das begründet hat, geht davon aus, dass Trauma im Nervensystem gebunden ist und demnach auch da angesetzt werden muss. Und das ist auch so. Wenn ich da in der Tiefe was heilen will, ist es am besten, tatsächlich über das Nervensystem zu arbeiten. Dazu muss man natürlich die ganze Neurobiologie kennen, müssen wir vielleicht heute nicht drauf eingehen können, weil das gucken wir mal. In jedem Fall, ich habe dazu natürlich ein Buch geschrieben, Wenn die Seele nicht heilen will, wie alte Verletzungen zu Traumatisierung oder auch Detraumatisierung führen können und wie man sie überwindet. Und da steht es eben auch nochmal alles drin, weil ich muss im Grunde Grundkenntnisse über mein Nervensystem haben. Das vermittle ich zum Beispiel in Workshops oder auch in den Einzelstunden oder eben im Buch, wenn ich wissen will, wie Trauma quasi funktioniert und was das mit dem Nervensystem macht. Und letztendlich ist es so, wenn ich das weiß, dass Trauma im Nervensystem gebunden ist, muss ich darüber arbeiten. Und dazu lässt eben der Therapeut den Klienten seine Körperempfindungen und Impulse nachspüren, aber eben auch Emotionen, Bilder, Gedanken, Überzeugungen. Und im Grunde ist es so, es wird viel mit Ressourcen gearbeitet, die damals in der traumatischen Situation gefehlt haben. Und es ist halt auch so, dass man letztendlich dem nachfolgt, die den Traumaspuren nachfolgt im Körper, in Verbindung auch mit den Ressourcen, könnte man vielleicht sagen, die damals in der Traumatisierung, wie du auch sagtest, nicht vollendet wurden letztendlich. Also man kann es sich vielleicht so vorstellen, ja, bleiben wir mal ruhig beim sexuellen Missbrauchthema, ist ja heute auch Sexualität. Sexualität, also jedes Kind, jeder Erwachsene bis hin zum Baby, der in irgendeiner Form sexuelle Übergriffe erlebt hat, und das muss nicht Penetration sein, das geht weit, weit vorher los, wird im Körper irgendwelche Abwehrreaktionen gespeichert haben, irgendwie, ich will mich wehren oder Wut oder was auch immer, es zieht sich alles zusammen, ich möchte weglaufen, Baby kann das natürlich nicht, ist klar, ne, und so weiter, das sind ganz viel, das ist ganz grob gesagt, das ist eigentlich viel feiner, und diese ganzen Geschichten konnten eben damals in der Situation nicht vervollständigt werden, ja, weil ich in die Erstachung gegangen bin, oder weil ich in den Kollaps gegangen bin, oder, oder, ne, mich nicht mehr bewegen konnte, oder weil der Täter zu stark war, oder weil ich zu klein war, oder die Täterin, ne, und, 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 und diese ganzen Sachen sind im Körper gespeichert, und die wollen vollendet werden, und das bringe ich im Grunde zu Ende, also, ich habe zum Beispiel ganz viel bei Klientinnen, die einen Oralenmissbrauch erlebt haben, dass das wirklich noch im Magen ist, ja, die fangen, wenn du da mit denen arbeitest, ab einem gewissen Punkt ganz viele haben das Gefühl, ich muss jetzt kotzen, ist das immer so, ne, und es ist ganz wichtig, dem zu folgen, und die, die zu ermutigen und zu sagen, ey, Leute, mach das, ne, also, das letzte, meistens ist dann würgen, ein Husten, wirklich das Gefühl, es fließt, was raus, oder ein Spucken, die wenigsten müssen sich wirklich übergeben, aber du musst das zu Ende bringen, ja, so, damit der Körper frei wird, das jetzt mal so als Beispiel, letztendlich tauchst du diese eingefrorene Energie aus der Traumatisierung quasi in kleinen Dosen auf, sodass da wieder Sicherheit entsteht und der Körper, der Klient seinen Körper vertrauen kann, und das ist sicher das Tolle am Sumeric Experience, dieses schrittweise, tätrierende, vorsichtige Arbeiten, ne, das ist mir ganz wichtig, ich halte überhaupt nichts von Konfrontationstherapien, ich halte überhaupt nichts da, sonst wie reinzugehen, auf gar keinen Fall. Ja, Ressourcen sind da ja wahnsinnig wichtig, dass ich erst mal weiß, ich bin sicher, hier und jetzt. Ja, genau, ich muss jetzt noch mal meinen Kater hier rauslassen, die wir die ganze Zeit sind ober, Ja, ich finde das auch total spannend, weil diese Erfahrungen ja, wenn eben das Trauma stattgefunden hat und man konnte das nicht verarbeiten, dann bleibt das ja buchstäblich im Körper hängen, und ich finde das dann auch spannend, was das dann für Langzeitwirkungen hat, also was ich so gehört habe, Autoimmunerkrankungen, Depressionen, chronische Schmerzen, und oft ist es tatsächlich trauma-basiert. Genau, genau. Also im Grunde kann Trauma alles an Symptomen machen, von denen wir jemals im Leben gehört haben, eben durch die, durch den hohen Stress im Körper letztendlich, ne. Und was mir vielleicht noch wichtig ist, genau, das wollte ich mich eigentlich sagen, so Medical Experiencing ist eben das Tolle, ich gehe nicht in die Konfrontation, sondern ich habe zwei Varianten und das finde ich schon mal großartig. Bei vielen ist es ja so, dass sie kommen und sagen, Mann, ich habe hier Symptome, mir geht es nicht gut oder Beziehung funktioniert nicht oder der Sex ist nicht so, wie er sein sollte oder Gott, ich habe da die totale Abwehr dagegen oder ich habe Körpersymptome oder Erkrankungen oder meine Ärztin hat gesagt, ich muss da jetzt mal hingucken, was auch immer. Und Fakt ist, ich muss ja nicht wissen, was das Trauma dahinter ist. Es reicht, an den Symptomen zu arbeiten. Weil gerade beim sexuellen Missbrauch, es ist ja, und damit verarbeite ich auch, beim sexuellen Missbrauch ist es ja gerade so, wie oft ist der vollkommen abgespalten? Wie oft ist der nicht erinnerbar? Und es ist aber eben im Gegenzug auch nicht in Ordnung, dass ich als Therapeutin dann suggeriere, vielleicht könnte da ein sexueller Missbrauch sein. Klar, ich habe natürlich als Traumatherapeut also meine Gedanken, wenn jemand kommt und ständig mit Blasenentzündung zu tun hat, dann klingeln bei mir so die Alarmglocken, weil es eben sehr oft, nicht immer, aber natürlich sehr oft, tatsächlich mit Missbrauchshintergrund zu tun hat. Insbesondere, wenn dann keine Antibiotika wirken, wenn das monatlich auftritt und, und, und. dann läuten bei mir die Alarmglocken und dann habe ich zumindest den Gedanken, könnte es sein, dass da was in diesen, diesbezüglich, und wenn die Schmerzen so sind, dass sie überhaupt völlig unerträglich sind, das ist auch der Klassiker, weil bei Blasenentzündungen nichts hilft, dann habe ich das im Kopf, aber ich muss eben als Traumatherapeutin da wirklich vorsichtig sein, weil ich sonst falsche Spuren legen kann. Das Beste ist eben wirklich, ich bleibe am Körper, arbeite diesbezüglich dann mit den Symptomen und der Körper zeigt dann schon selber, was los ist. Genau, dass der Partner oder Klientin dann im Prinzip selber darauf kommt oder selber das aussieht. Genau, damit schaffe ich quasi keine falschen Erinnerungen, weil das ist quasi die Gefahr, wenn ich da zu früh reingehe und sage, Mensch, könnte ein sexueller Missbrauch sein bei den Symptomen. Dann muss man auch aufhören. Ja, genau. Und das kann ich halt, ich kann an den Symptomen arbeiten und verarbeite damit schon Trauma oder ich kann eben direkt am Trauma, wenn es erinnert ist, arbeiten und dann muss ich aber nicht, dann mache ich das ich zum Beispiel, also ich arbeite so, dass ich erst mal gucke, ob das Nervensystem überhaupt eine Grundregulation hat, weil die bei einer frühen Traumatisierung oft fehlt, also im Mutterleib bis zu drei Monate danach und sonst bringe ich dem Nervensystem mit dem Klienten erst mal bei, die Grundregulation. Erst dann gehe ich überhaupt ans Thema, weil sonst wird es zu heikel. Und dann kann ich, bleiben wir beim sexuellen Missbrauch, und dann muss ich da nicht, nehmen wir mal an, es gab Übergriffe auf der Straße oder irgendwas, dann muss ich nicht direkt in den Übergriff gehen, sondern ich gehe erst mal an den Punkt rein, wo war denn noch alles in Ordnung? Oh, ich bin da spazieren gegangen. Ah, okay. Schon das reicht, dass der Körper reagiert. Also ich sage, erinnern Sie sich mal dran, wann war da noch alles okay? Und schon das reicht. Dann arbeite ich das durch, was ich dann habe, an Bildern, Gedanken, Gefühlen, und Körperempfindung. Was war das Nächste? Ich gehe zu Rosa. Ich fange mit Weiß an, ich gehe zu Rosa. Was war das Nächste? Naja, ich bin da so lang gelaufen, habe gemerkt, irgendwas ist schräg. Aber ich dachte, ich gehe jetzt einfach weiter. Okay, dann arbeite ich das durch. Und dann gehe ich weiter zu Dunkelrosa. Und das ist, und dann war der quasi da, und, und, und. Ich will es jetzt nicht, um mich zu triggern, ausweiten, aber ich will nur sagen, ich kann also ein Trauma, also gerade Traumata, wie jetzt sexuelle Übergriffe, die gut erinnert sind, wirklich in mehrere Teilabschnitte aufteilen. Und damit habe ich den Klienten sehr auf der sicheren Seite und er wird nicht überflutet. Und ich habe das erlebt, also ich will es jetzt, was heißt Spaziergang, aber ich erinnere mich da an eine, mit der ich gearbeitet habe, für die war das quasi, nachdem die Grundregulation hergestellt war. Und die selber hatte Symptome, dass sie nicht arbeiten konnte, wohlgemerkt. Aber nachdem die Grundregulation des Nervensystems hergestellt war, war im Grunde das Verarbeiten der sexuellen Übergriffe bei ihr zumindest ein Spaziergang. Weil wir es in Teilabschnitte gegliedert haben. Und die ist super sicher aus den Stunden wieder rausgegangen. Stark. Und ist aus ihren Depressionen rausgekommen. Die waren danach weg. Wow. Ja, das ist schon sehr faszinierend. Jetzt würde mich hier interessieren, weil das war ja auch was, was ich wirklich dich fragen wollte. Ab wann können wir von sexuellem Trauma sprechen? Wobei ich mich auch erinnere, ich glaube, gerade Peter Lewin hat es vielleicht gesagt, dass Trauma nicht situationsbedingt, sondern nervensystembedingt ist. Also was etwas für eine Person traumatisieren kann, ist für die andere vielleicht nicht. Aber dennoch habe ich aus eigener Erfahrung erlebt, dass sexueller Missbrauch ist halt nicht unbedingt gleich eine Vergewaltigung, sondern fängt viel, viel früher an. Richtig. Kann mit dem eigenen Freund oder Liebhaber sein, wo ich mich zum Beispiel einfach nicht getraut habe, Nein zu sagen. Genau. Genau. So ist es. Also, ich würde da ein bisschen unterscheiden wollen. Ich würde beim sexuellen Trauma tatsächlich das nicht gleichsetzen mit anderen Traumaten, weil, wenn du zu Recht sagst, nicht alles, was für den einen traumatisierend ist, ist auch für den anderen traumatisierend, dann stimmt das. Weil unsere Nervensysteme prinzipiell so aufgestellt sind, dass wir Trauma gut verarbeiten, nicht Trauma, Quatsch, dass wir Stress gut verarbeiten können. Es kommt dann aber sicher darauf an, wie waren meine frühen Jahre, wie stabil waren meine Elternbeziehungen, habe ich dadurch eine Sicherheit und einen stabilen Boden zum Beispiel gekriegt. Dann wird das, was ich später potenziell traumatisierend erlebe, sicher nicht so heftig in den Auswirkungen sein, als bei jemandem, der von Anfang an eine Instabilität hatte. Das ist das eine. Das andere, nehmen wir mal das Beispiel, Sturz habe ich schon so oft gebracht, aber ist vielleicht das beste Beispiel. Oder mach mal OP. Nicht jede OP muss für jeden traumatisierend sein, auf gar keinen Fall. Es gibt Operationen, sind gut vorbereitet. Entschuldigung. Heutzutage hat man auch Propofol und so weiter. Das ist ein Narkosemittel, was per se nicht so traumatisierend ist. Und dann muss das nicht traumatisierend sein. Aber bei anderen, die eben vielleicht schon in der frühen Kindheit verlassen wurden, die das kennen, dass niemand da ist und wenn dann eine OP kommt, wo sie vielleicht noch liegen gelassen werden oder ähnliches, ist, dann ist es so, dass diese OP traumatisierend sein kann, insbesondere wenn die zu schnell oder zu viel ist. Traumata wie ein Fahrradunfall, überhaupt Unfälle, ein Sturz, eine OP, mal ein schlechtes Erlebnis beim Zahnarzt. Also diese Dinge sind massiver Stress, können aber unter Umständen je nachdem, bei dem einen gut verarbeitet werden, bei anderen ein Trauma. Beim sexuellen Missbrauch oder Übergriffen würde ich das anders sehen. Es ist so, und das hatten wir beide auch besprochen, dass schon ein Baby merkt, es kann es natürlich nicht benennen, wenn der Erwachsene, ob Vater oder Mutter, an die Wickelkommode, nehmen wir mal an, liegt nackt da, normalerweise Babys freuen sich, wenn Mama und Papa kommen und so, man kuschelt oder im Bauch kitzelt oder, oder. Aber das Kind kann es merken, wenn plötzlich was umschwenkt und da irgendwas Sexuelles überschwappt. Es kann es nicht benennen, aber es ist definitiv im Körpergedächtnis gespeichert und kann dann unter Umständen eben auch im Erwachsenenalter Symptome machen. Wow. Ja, das heißt, der sexuelle Übergriff fängt eben nicht an bei einer Penetration, bei oralem Missbrauch oder sowas halt, sondern es reicht im Grunde auch, wenn der Erwachsene, so sehe ich das, das ist meine Haltung, das Kind sozusagen sexuell begehrlich anschaut und vielleicht auch dementsprechend mal anfasst, das reicht, weil diese Art von Energie, das Kind merkt, das Baby merkt, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier schräg. Wow. Aber ich kann es nicht einordnen, das Baby ja schon gar nicht, aber ich kann auch, ich kann es definitiv sagen, es ist im Körpergedächtnis gespeichert und an irgendeiner Ecke kommt das wieder hoch. So. Ja, ich frage mich jetzt gerade, vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, aber dass ein Erwachsener manchmal vielleicht sogar unbewusst, vielleicht auch nur für einen Moment so einen sexuellen Gedanken gegenüber so einem Baby hat, weil es liegt nackt da und ich denke mir halt auch, unsere Gesellschaft hat ja mit nackt sein oft auch eh schon, also nackt ist ja immer oft auch mit Sex gleichgestellt, zumindest bei Erwachsenen und dann kann ich mir fast vorstellen, dass so ein nacktes Baby auch solche Gedanken mal für einen Moment hervorrufen kann und vielleicht ist es nicht mal mit großer Absicht, sondern einfach nur der Erwachsene selber, der mit Sex auch nicht vielleicht so gut umgehen kann. Das mag sein, aber ich sehe es da, also ich bin da ziemlich klar, also ich habe zwei Kinder, wie gesagt und dann weiß man als Mutter selber, wie es ist und die sind super süß Babys, nackte Babys sind super süß und man liebt seine Kinder und klar, ich spreche jetzt mal Klartext, klar findet man vielleicht die kleine Vagina oder den Penis niedlich oder was und süß, aber das ist ein Unterschied zu, ich habe sexuelle Gefühle, das ist ein Unterschied für mich und ich finde, aber das ist meine klare Haltung, da ist ein Stopp und wenn ich da bei mir als Elternteil was merke, dann habe ich mich zu kümmern, Punkt. Ja, und nicht sondern wenn ich merke, okay, da gibt es immer wieder sexuelle Gefühle und das ist ja was anderes als auch Mann hat denn der kleine Junge einen süßen Penis, das ist doch ein Unterschied. Natürlich ist das Baby süß, ich meine, natürlich ist der Hintern zum Reinbeißen und das macht man als Mama oder Papa auch, aber doch nicht und dann kreischen die vor Vergnügen, aber doch nicht mit einem sexuellen Hintergrund. Ja. Passiver Unterschied. Ja, danke für die Klarifizierung. Wie kann sich sowas dann auswirken auf das Leben des Menschen, wenn gerade sowas in so einem Babyalter, wo es ja wirklich sehr weit weg scheint. Ich mache mal ein Beispiel von einer Klientin. Ja. Die kam ganz gut durch und so weiter. Ich will ja jetzt gar nicht die Geschichte erzählen, aber kam irgendwann, merkte sie, hatte sie ein Muster. Sie merkte immer, wenn für sie was Gutes passierte, kam was Schlechtes hinterher. Also, und das hatte dann irgendwann sehr unangenehme Auswirkungen, zum Beispiel, sie hatte dann Zahnärzte, endlich mal jemanden zum Vertrauen, endlich mal ein guter Zahnarzt und dann ging das erst gut los und die konnte drauf warten, dass dann was Schlimmes passierte. Also, das zeigte sich quasi im äußeren Leben ganz plastisch in immer wieder, ich lerne jemanden kennen, auch im medizinischen Bereich und da ist das natürlich tragisch. Gerade beim Zahnarzt ist das tragisch. Der ist vertrauenswürdig, ich vertraue den total und buff, und jetzt passiert was Schlimmes. Und was ist da dann passiert mit dem Zahnarzt? Fehlarzt, Fehlbehandlung und, und, und. Okay, krass. Bei Leuten, wo das eigentlich nicht passieren dürfte. Und das war dann so auffällig, dass die Klienten gesagt haben, jetzt muss ich hier hingucken, hier stimmt was nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, keine Ahnung, was da ist und wir haben das dann mit EMDR, in dem Fall, also diesen Augenbewegungen bearbeitet und dann kam ganz deutlich eine Körpererinnerung raus und das quasi das Baby auf der Wickelkommode lag, mit Papa am Schäkern war, alles schick, schöne Energie und das war das, ich vertraue, das Baby öffnet sich, ich vertraue, das Gefühl, alles ist in Ordnung. Und auf einmal kam eben in dieser Körpererinnerung und auch, also ihr könnt das auch sehen, wirklich wie so eine dunkle Energie, das ganze Feld stimmte nicht mehr. Also das war genau das, was ihr Mausen gelebt hat, erlebt hat. Alles ist in Ordnung, ja, ich vertraue, es scheint alles gut zu sein, auf einmal passiert was Schlimmes. Und das war quasi die Erfahrung mit dem Vater, mit dem, wir können da nicht sagen, wie genau denn der Übergriff war, weil da die Erinnerung nicht da war, aber der Körper hat sofort alles hat dicht gemacht, es war ganz dunkel, und es war ganz klar, dass quasi die Energie von was Positiven, Papa ist gut, gewechselt hat in dieses Sexuelle hinein. Und dann haben wir das halt durchgearbeitet, damit das Muster im Außen quasi sich wieder verabschieden kann. Weil das ist tragisch. Und so kann es eben auch wirken, das glaubst du ja nicht. Dann denkst du, ich habe halt Pech gehabt. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil das ist ja fast was Metaphysisches, wo man sagen kann, sie hat ja keinen Einfluss darauf, dass der Zahnarzt das auf einmal da was falsch macht, aber irgendwas ist da am Werk, was dann diese Situation rekreiert, bis man hinschaut. Richtig, genau. Und das ist das Dramatische, eben wenn man das halt aus mangelnder Kenntnis, deshalb habe ich ja auch mein Buch geschrieben, um die Leute mal ein bisschen aufzuklären, damit die eben nicht so eben ins Nichts rennen und bestimmte Dinge hinnehmen und nicht verstehen, was dahinter ist. Ja, also Trauma kann nicht nur im Inneren Stress kreieren, sondern auch im Außen. Und ich erinnere mich zum Beispiel, ich schreibe das auch im Buch, zum Beispiel diese frühen Traumatisierungen im Mutterleib bis so drei Monate nach der Geburt, wenn da was passiert oder die Mutter sehr gestresst ist oder der Vater oder das Kind nicht beantwortet, nicht reguliert wird, nicht gehalten wird oder im Brutkasten früher lag, jetzt ist das ja ein bisschen anders, dann haben wir ein Nervensystem, was sich nicht reguliert und zwar Zeit des Lebens, bis derjenige Traumatherapie macht und hier am besten Körper orientiert. Wie sich das äußert, ist das Unterschied. Es gibt Leute, die kommen sehr gut durch mit ein paar Symptomchen und da bricht es erst im hohen Alter raus. Es gibt Leute, die von Anfang an lebensunfähiger sind. Warum das so ist, weiß keiner genau. Es kann die gute Oma sein, es kann der gute Lehrer sein, aber nicht bei allen ist die gute Oma und der gute Lehrer da. Das heißt, warum die eine Traumatisierung beim einen sofort sichtbar wird und beim anderen erst viel später, kann ich zumindest nicht abschließend beantworten. Das ist nicht deutlich ersichtbar. Es ist oft der gute Mensch, andere Mensch, der noch irgendwie da ist, aber eben nicht immer. Und dann ist es quasi so, jetzt habe ich den Faden verloren. Kannst du mir nochmal helfen? Ja, also ich wollte tatsächlich, mir kam auch noch eine andere Frage hoch oder darf ich das einfach reinwerfen? Ja. Weil ich es auch einfach nochmal spannend finde, zu erklären, wie Trauma dann eigentlich entsteht und so, wie ich das jetzt in simplen Worten gerade verstehe, ist, dass wir eben nach stressigen Situationen ausgesetzt sind, die sich unter Umständen auch lebensbedrohlich anfühlt und wir kommen aus dieser Situation eben nicht auf eine Art und Weise raus, wo wir uns dann wieder komplett sicher oder erholt sozusagen fühlen, sondern der Stress bleibt eben, weil vielleicht auch die Situationen, die danach kamen und uns kein sicheres Gefühl weiterhin vermittelt haben. Ja, genau, mir ist jetzt das andere nochmal eingefallen, dazu sage ich es auch nicht. Genau, also eben, wenn wir dieses nicht regulierte Nervensystem haben aus der frühen Traumatisierung, dann ist es zum Beispiel so, dass das oft Menschen sind, die hochintelligent sind, sich sehr engagieren, aber denen es unter Umständen passieren kann und das weiß eben tatsächlich kaum einer, dass sowas möglich ist. Das sind dann diejenigen, die immer wieder sich bemühen, die wirklich ihr Bestes geben und die machen auch keine Fehler, das ist das, was ich wirklich unterscheiden möchte und trotzdem lehnen die im Außen zu Deutsch nur Scheiße. Krass. Immer wieder Widerstände, die sind die Einzelnen beim Jobcenter, die immer wieder Ärger haben, also es ist halt so auffällig, ein totales Engagement, sich wirklich bemühen, die Dinge in den Griff zu kriegen und im Außen das totale Chaos und das ist wichtig zu verstehen, gerade bei diesem nicht regulierten Nervensystem, das innere Chaos, der Nichtregulation, also schafft häufig, nicht immer, das ist wichtig, aber häufig, im Außen ebenfalls ein Chaos, was sich dann zum Beispiel mit Behörden, mit Arbeitsproblemen etc. zeigt. Und zwar nochmal, da möchte ich Wert drauf legen, klar haben wir die Klienten, die eine alte Wut nicht verarbeitet haben und die dann unbewusst immer beim Chef durchkommen, natürlich reagiert er da drauf, aber das meine ich in dem Fall nicht, sondern ich meine wirklich, dass es Leute gibt, die sich total engagieren und da auch kein fehlerhaftes Verhalten zeigen in dem Sinne und trotzdem manifestiert sich im Außen nur Blockade, Blockade, nochmal Blockade. Wow, weil das Unterbewusstsein im Prinzip das irgendwie dann doch kreiert oder wie könnte man das erklären? Ja und dieses chaotische, genau, dieses chaotische Nervensystem kreiert das im Grunde und das ist ja, wie du sagst, schon fast metaphysisch und mir ist wichtig, dass Leute es verstehen, weil wenn ich das habe und weiß, dann weiß ich, okay, die Lösung ist auch hier Traumatherapie. Je weniger chaotisch mein Nervensystem ist, je mehr Ruhe da ist, umso ruhiger ist es im Außen. Ja, nicht bei allen, aber es gibt so Klienten. Spannend, also ich denke jetzt gerade auch, mir begegnen immer wieder Menschen in meinem Leben, die auch so zum Beispiel total verzweifelt nach einem Partner oder einer Partnerin suchen und irgendwie ständig Menschen treffen, die dann aber emotional nicht verflügt sind. Trauma zu tun. Ja. Soll ich das auch sagen? Ja, ja, ja. Ja, ja, gerne. Also ich finde es auch spannend, weil also auch in meinem Coaching oder in der Arbeit, die ich tue, ist schon auch immer wieder ein Thema, was ich sehr spannend finde. Also, genau. Also ich hatte letztens einen Satz, sagen, bei einer spirituellen Lehrerin und dann sagte die, Mensch, Leute, ihr seid alle so erwachsen, also ihr mitzugehört, wir kennen uns, ihr seid alle erwachsen, ihr müsst doch wissen, was ihr wollt. Wollt ihr jetzt irgendwie heiraten und mit jemandem zusammenwohnen oder wollt ihr nur dreimal die Woche in die Kiste hüpfen? Und ihr seid doch alt genug, das für euch klar zu haben. Wie soll das denn sonst aus dem Außen kommen? Hat sie recht erst mal. Also Klarheit, was will ich denn überhaupt? Was möchte ich, damit es sich dann auch manifestieren kann? Ist absolut richtig. Aber was eben nicht stimmt und da stimmen eben diese ganzen positiven Glaubenssatzbücher und ah, du musst so positiv affirmieren, nur lange genug, dann kommt das schon in dein Leben, ist der Lacher. Natürlich arbeite ich auch mit Affirmationen, aber Fakt ist, und natürlich muss ich wissen, was ich will, weil sich danach meine Energie ausrichtet und danach auch das Außen ausrichtet. Aber Fakt ist, wenn ich traumatisiert bin, wenn ich ein Bindungstrauma habe, ein Entwicklungstrauma habe, wenn ich Eltern erlebt habe, die nicht zur Verfügung standen oder die mich geschlagen oder missbraucht haben oder eben einfach, wenn wir jetzt so die Jahrzehnte angucken, die letzten, da war das gängig, die Kinder nachts alleine zu Hause nachzulassen, im Kleinfilz, Kindalter, das war normal. Es gab so verschiedene Sachen, du hast die schreien lassen und, und, und. Das waren ganz gängige Erziehungsstile. Und ein Kind, was lang genug schreit, also ein Kind, was babyt, das schreit erst mal ewig, wenn es was hat, wenn es die Eltern braucht, wenn es nicht beantwortet wird, schreit es sich in Rage. Dann kommt die Erstarrung. Erstarrung ist im Grunde, also Rage wäre jetzt Sympathikus vom Nervensystem gewesen. Erstarrung wäre Sympathikus und Dorsalervagus vom Parasympathikus, die beide hochgefahren sind und dann kommt die Erschlaffung, der Dorsalervagus vom Parasympathikus übernimmt. Das Kind sieht ruhig und entspannt aus. Schwachsinn. Es ist nicht ruhig und entspannt, es ist in einer dorsal-vagal-bedingten Erschlaffung und damit das ist quasi ein traumatisches Erlebnis, was auch noch mit Dissoziation gekoppelt ist, die Erstarrung und die Erschlaffung. Das heißt, ich koppel mich vom Körper ab, mache das Nervensystem als Schutzmechanismus alleine und je öfter ich das als Kind gemacht habe oder mein Nervensystem als Kind gemacht hatte, umso mehr mache ich das als Erwachsener, wenn ich keine Traumatik habe. Und wenn meine Eltern mich eben quasi nicht reguliert haben, mich versorgt haben oder sogar gewalttätig waren oder was auch immer oder liegen gelassen haben, dann habe ich quasi ein Bindungstrauma. Das heißt, ich weiß nicht, welcher Mann, welche Frau ist gut für mich. Ich habe Anteile in mir, die wollen Nähe, die wollen aber vielleicht symbiotische Nähe. Also das, was das Kind nicht hatte. Jetzt möchte ich mir den anderen aber greifen und das kriegen, was ich als Kind nicht gekriegt habe. Das geht so gut wie immer schief, weil der andere merkt das und reicht aus. Und dann habe ich natürlich Anteile, die sagen, das, was ich als Kind erlebt habe, möchte ich nie wieder erleben, also gehe ich auf Distanz. Das heißt, bei einem Bindungstrauma haben wir es mit einer Melange aus Anteilen zu tun, die vielleicht Symbiose wollen oder die absoluten Abstand wollen. So, mit diesen Anteilen muss ich arbeiten. Ja, was ich zum Beispiel gerne mache ist, dass ich sage, stellen Sie sich mal jetzt vor, jetzt kommt der Traumprinz, der steht vor Ihnen und sagt, ich liebe dich, ich heirate dich, ich möchte mit dir zusammenwohnen, wie geht es Ihnen jetzt? Und dann geht es schon los, dann kannst du sehr schnell über den Körper arbeiten. Ja. Also, das ist so, im Grunde kann man sagen, wenn Trauma nicht bearbeitet wurde, traumatherapeutisch, dann suche ich mir unbewusst meine Partner genau nach dem Level aus, wo ich gerade stehe. Ja, das heißt, die Leute, die dann kommen, die Männer oder Frauen, die kommen, wo ich dann brenne, da kann ich sagen, vorsehen, vorsehen, brennen ist ganz schlecht, weil brennen immer ist, Trauma, connected trauma. Das heißt, ich ziehe einen Partner an, der mich genau da reinbringt, in die alte, oder in die alte Traumatisierung, oder genauso reagiert, wie ich es schon mit meinen Eltern erlebt habe. Das ist mal grob gesagt, sehr grob. Und das heißt, ich habe vielleicht immer wieder Partner, die die Beziehung abbrechen, die erst ganz begeistert sind von mir, und dann sind sie weg. Und diese Geschichten, und das ist natürlich total belastend, weil auch hier ist es so, derjenige bemüht sich vielleicht, oder will vielleicht sogar sehr, oder möchte endlich eine feste Beziehung, oder irgendwas, und passt auch auf, und versucht irgendwie, so die Antennen rauszufahren. Das wäre sowieso das Erste, was ich empfehlen würde. Fahrt Leute, fahrt die Antennen raus, guckt euch an. Wenn ihr immer wieder Fernbeziehungen habt, dann spricht es für einen Traumahintergrund. Ja, dann müsst ihr an euch arbeiten. Und guckt an, hat der Mensch schon überhaupt mal jahrelang eine Bindung gehabt, oder nicht? Wie war denn die Bindung? Was erzählt er denn darüber? Wie geht er denn mit seinen Kindern um, wenn er mit einer Kinder hat? Und so weiter. Dass man sich das wirklich anguckt, und vor allem, und da wurde beim Satz letztens mal gesagt, das war sehr schön gesagt, finde ich total gut, und finde ich richtig, sehe ich auch so. Früher gab es nicht für umsonst eine Verlobungszeit. Das heißt, eine Zeit, wo ich den anderen erst mal kennengelernt habe. Was passiert bei uns? Wir springen sozusagen in die Kiste, und dann ist alles verwischt. Und da kann ich gerade nur Frauen absolut davon abraten. Männer, mein Eindruck, können das eher auseinanderhalten. Frauen, wenn die einfach einmal mit einem Typen im Bett waren, dann ist da eine energetische, auch eine energetische Verbindung da, und dann sehen die nicht mehr klar. Und dann kann ich eben nicht mehr sehen, ist der Typ überhaupt noch für mich geeignet? Und deshalb, ich kann wirklich nur empfehlen, lernt euch, also habt klar, was du willst. Du darfst Sex haben ohne Ende. Aber habt es klar, dass du das haben willst, und jetzt nicht in eine feste Beziehung gehen willst. Und das ist aber auch schwierig. Also ich habe es tatsächlich auch in einem Buch gelesen, dass der weibliche Körper auch biologisch so verdrahtet ist, ist, dass wenn wir Sex haben, dann wollen wir sofort mit diesen Menschen für immer zusammen sein. Also unser Körper, ja, unser Körper ist da tatsächlich so vernetzt. Genau. Weswegen es halt Frauen schwerfällt, die Emotionen sozusagen da rauszulassen. Ja, genau. Und deshalb wäre es eben besser, man sagt, okay, wir lernen uns mal kennen, und am besten nicht eben so schmetterlingsmäßig. Das Problem ist ja bei den ganzen Partnerschaftsbörsen ist ja immer so, alle stellen sich schillernd und leuchten da. Und wenn, aber letztendlich wäre es besser, eigentlich wäre es fast besser, man lernt sich in der Krise kennen oder mit all dem Scheiß, was ist. Kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, dass das bei mir die stabilste Beziehung war, die ich jemals hatte. Wo und über Jahre und so weiter. Wo wirklich sich beide kennenlernen, gab vielleicht gar kein großes Interesse, es muss das jetzt gar nicht Beziehung sein, sondern ganz ehrlich, wie geht es mir denn? Was ist denn mit mir? Ja? Ja, ich erinnere mich auch, dass ich mit, ich habe so einen schönen Spruch gelesen, dass man beim ersten Date am besten gleich fragt, was sind deine Kindheitswunden und Vergangenheitsgeschichten und wie arbeitest du heute daran, um mit denen umzugehen? Ja. Ich glaube, das ist eine ganz gute Frage, weil das erschafft schon viel Klarheit, ob da Resonanz für beide, oder ob das Sinn macht, für beide weiterzumachen. Richtig. Da hast du total recht. Und weil der Punkt ist noch nicht mal das Problem, dass sich zwei Traumatisierte treffen. Das wird immer so sein. Der Punkt ist ja der, machen wir mal, ich kenne es ja von mir jemals auch, man arbeitet an sich und so weiter und dann kann man im Grunde schon erkennen, aber du musst halt mit Trauma an dir arbeiten, mit dem Bindungstrauma. Dann arbeitest du an dir und dann kannst du schon erkennen, was passiert im Außen? Ändert sich was mit denen, die mir begegnen? Sind die anders? Und das würde ich als Entwicklungsthema auch sehen. Und dann wird irgendwann, wenn ich genug an mir gearbeitet habe, jemand kommen, der eben nicht gleich wegrennt, sondern der bleibt, der vielleicht auch seine Trauma-Wunden hat, aber der jetzt zumindest bereit ist, damit hinzugucken. Weil das Problem ist ja nicht, dass wir uns triggern in Beziehungen. Beziehungen sind ja eine wahnsinnig gute Entwicklungsmöglichkeit. Wahnsinnig gut. Und da komme ich eben gerade an bestimmte Traumata und sonst was ran, an die ich sonst alleine gar nicht rankomme. Ja, ist es auch deine Erfahrung, dass da tatsächlich auch, wenn wir uns in einer Beziehung weitgehend sicher fühlen, dass dann bestimmte Dinge auch erst hochkommen, weil unser System sich endlich eben sicher fühlt, um das an die Oberfläche kommen zu lassen? Das kann sein, muss nicht sein, kann auch sein, das ist von Anfang an alles. Okay, ja. Aber klar, das ist natürlich, je mehr Sicherheit, umso mehr kann sich zeigen. Das kann sicher auch ein Punkt sein. In jedem Fall will ich nur sagen, geht es nicht darum, dass ich jemanden treffen muss, der keinen Traumahintergrund hat, aber ich muss natürlich jemanden treffen, der sagt, ich gucke mir das auch an. Es sollte selbstverständlich sein, dass wir sagen, wir machen ab und an mal eine Paarsitzung. Jeder bearbeitet seine Themen und wir rennen nicht gleich auseinander, weil dann kann ich mein Leben lang da so weiterlaufen. Das macht keinen Sinn. Also wenn ich es möchte, also gib ihm das Konzept, ist es okay. Ja, wirklich, aber wenn ich sage, ich möchte eine stabile Beziehung, dann sollten beiden bereit sein, zu sagen, okay, dann gucken wir uns das an. Anders wird es nicht gehen mit dem Traumahintergrund. Einfach so. Und dann kann das auch eine wirklich lebenslange Beziehung sein und sich vertiefen und man kann spirituelle Dimensionen erreichen, von mir aus, das geht alles. Ja, jetzt fängst du gerade schon schön an mit spirituellen Dimensionen. Das war ja auch noch ein Thema in deinem Buch. Also jetzt überlege ich gerade, gibt es zu sexuellem Thema noch etwas, was du gerne sagen möchtest, was dir hier gerade noch hochkommt? Ja, also ich möchte, ich möchte, ich will nicht gerade, ich möchte nochmal eben eröffnen und nochmal dringlich darauf hinweisen, dass nicht jeder sexuelle Übergriff ein sexueller Missbrauch sein muss, sondern, dass es zum Beispiel auch reicht und das ärgert mich, das hatten wir auch besprochen, es ärgert mich wahnsinnig, dass da so viel Nichtwissen da ist. Es reicht zum Beispiel, dass eine junge Frau, ein Junge in einer ersten Liebesbeziehung sind und das Mädel denkt, naja, das muss jetzt halt so sein. Oh ja. Und mit dem jungen Sex hat, obwohl sie merkt, irgendwie so richtig doll ist das nicht und eigentlich will ich auch gar nicht, aber jetzt, meine Freundin haben das jetzt auch schon alles durch, jetzt muss ich auch mal so. Wenn das oft genug passiert, also ich habe das echt mit jungen Klienten erlebt, ganz jungen Frauen, die kamen wegen was ganz anderes und irgendwann kam man an den Punkt, dass das auf einmal sehr deutlich wurde, dass das für die echt letztendlich im Körpergedächtnis als sexuelle Übergriffe gespeichert waren oder wie du das Kind auch nennen willst, ja. Und das, was wirklich traurig ist, ist, dass dann eben eine Symptomatik kommt, bei sexuellem Missbrauch ja sowieso, aber auch bei diesen Dingen von Taubheitsgefühlen, ich spüre beim Sex nicht richtig was oder ich kriege Schmerzen oder ich habe keine Lust oder, oder, ja. Das heißt, auch dieses, und das wird eben in der Schule nicht beigebracht, das finde ich unmöglich, es wird den Jungs nicht beigebracht, wie sie mit den Mädchen umgehen müssen und auf was da zu achten ist. Kommunikation, ja. Genau, und es wird den Mädchen nicht beigebracht, auf den eigenen Körper zu hören, zu spüren, was will ich überhaupt und auch, dass das Mädchen Nein sagen darf oder vielleicht nur sagt, okay, als Beispiel, keine Ahnung, Petting oder sowas ähnlich, ist okay, aber ich merke, wenn du jetzt in mich eindringen willst, nee. Ja. Also, sondern die machen das halt und schalten sich aber natürlich damit ab, ne. Und das heißt, wir haben haufenweise Frauen, Mädchen, junge Frauen, alte Frauen, die im Grunde in ihrer sexuellen Erlebnisfähigkeit total eingeschränkt sind, weil sie nicht unbedingt nur sexuelle Übergriffe haben und da haben wir schon genug. Es ist erschreckend, wie viele Frauen den sexuellen Missbrauch erlebt haben, sondern weil diese Sachen schon allein in Beziehungen, in Ehen und so weiter gelaufen sind. Ja. Ja. Absolut. Und das, wo ich dann denke, ey Männer, ihr müsst auch mal hingucken, ne. Ich meine, für die Männer ist ja dann auch, wenn ich da nicht fein bin als Mann, ne, habe ich ständig mit Frauen zu tun, die in irgendeiner Form tatsächlich eben sexuell eingeschränkt sind. Das heißt, auch die Männer sollten doch ein Interesse daran haben, dass sich da die Dinge ändern. Ja. Ja. Ja, das wünsche ich mir auch. Absolut. Absolut. Genau. Ich glaube, es ist auch schwer für Männer, denen wird ja auch gesagt, sie sollen einfach immer alles wissen und die werden ja eigentlich so erzogen, dass du, du bist der Alleswisser und der Alleskönner und du bestellst keine Fragen, sondern du machst einfach und das wirkt sich dann halt auch auf diese Bettgeschichten aus. Ja, also da bräuchten wir sicher schon eben eine ganz andere sexuelle Erziehung und ich meine, wenn ich sehe, ich hatte letztens eine Frau, die selber professionell im Tantra-Bereich arbeiten sollte und selber dann eben mit Taubheitsgefühlen zu tun hatte. Und ich habe das gerade zunehmend in der Praxis, was für mich aber ganz segensreich ist, weil das nochmal so ein neues Level ist, dass ich wirklich mit den Frauen, und da habe ich eben etliche mittlerweile, dass wir wirklich so am Körper arbeiten, dass wir, dass sich wirklich aus der Gebärmutter Sachen entladen können, Vagina und so weiter, diese Taubheitsgefühle und so, das ist super spannend, finde ich das. Also ich koppel das dann meist noch mit einer energetischen Arbeit, weil es dann ein bisschen schneller geht. Das finde ich wirklich segensreich und das ist bisher so nicht so groß aufgetaucht, dass ich da wirklich rangegangen bin. Klar, wenn mal Blasenentzündung war und so, das ist schon oft mit Frauen, aber das finde ich gerade nochmal sehr segensreich, was da dann doch geht. Das heißt, das Trauma ist da richtig vaginal im Gewebe gespeichert, kann sich dann da auch lösen. Wow, ja, das finde ich so spannend, dass der Körper einfach seine eigene Intelligenz, seine eigene Erinnerung hat und dass man da halt eigentlich mit Geistigem oder mit dem Verstand nicht rankommt. Nee, gar nicht. Und ja, das finde ich einfach super, super spannend, dass das jetzt auch, und das ist ja eigentlich noch eine recht neue Erkenntnis alles, oder? Dass man da über den Körper rankommt. Ja, relativ neu. Wie Traumatherapie als solches überhaupt. Wow, ja, ja. Deswegen gibt es ja auch nicht so mega viele Menschen, die Somatic Experiencing anbieten, soweit ich weiß, oder? Ja, aber es wird langsam. Es wird, es nimmt zu. Es nimmt wirklich viel zu. Ja, stimmt. Bei mir in der Ausbildung machen es auch viele. Ja, aber es ist tatsächlich in Süddeutschland und so weiter. Bestimmte Gebiete scheinen da immer noch sehr unterversorgt zu sein, weil ich kriege von vielen Mails, ne? In Berlin sind wir hier eigentlich ganz gut abgedeckt. Cool. Okay. Ja, du hattest ja auch noch, oder in deinem Buch gibt es ja auch das Kapitel Trauma und Aufwachen. Das heißt, glaube ich, gell? Und das finde ich auch noch so ein spannendes Ding. Und also ich habe das selber auch erlebt, dass es nicht mal unbedingt ein Trauma braucht. Oder gut, letzten Endes weiß man dann auch nicht, wer alles traumatisiert ist. Aber Spiritualität wird gerne als Flucht verwendet, um irdischen Schmerzen manchmal nicht umgehen zu müssen. Ja, das ist so. Und ja, würde mich interessieren, was du da auch noch für Erfahrungsberichte oder Dinge zu sagen hast. Naja, auch hier würde ich ja sagen, also ich kenne Spirituelle ja, die widersprechen mir da, aber ich sehe es schon so. Ich bin der Meinung, dass ich schon vorrangig Menschen auf die spirituelle Suche mache, die in irgendeiner Form Trauma Hintergrund haben. Weil wenn ich mit meinem Leben zufrieden bin, wenn ich glücklich bin und ich kenne so eine Leute auch, dann mache ich mich nicht unbedingt auf die Suche. Also ich mache mich ja meistens eher auf die Suche, wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht, ich komme im Beruf nicht so voran oder was weiß ich nicht. Oder es muss noch was Tieferes geben, es muss noch mehr geben als bei manchen auch dieses Leid. Trauma bedingt, das ist schon Leid, was viele erleben, zu Recht. Da braucht man nicht schön reden. Da ist oft viel Leid und es muss noch mehr geben. Und es gibt ja auch noch mehr spirituell gesehen. Das ist absolut richtig. Aber es ist natürlich der falsche Ansatz erst mal unter Umständen. Die suchen, wenn sie Pech haben beim spirituellen Lehrer oder in allen möglichen esoterischen Richtungen, das, was traumatherapeutisch gelöst werden müsste. Weil ich arbeite auch energetisch und kann Dinge sehen und so weiter. Das ist auch alles gut und schön. Und das unterstützt mich unheimlich in der Arbeit und zeigt mir auch Dinge, die ich so mit bloßem Auge vielleicht nicht wahrgenommen hätte. Und verstärkt auch die traumatherapeutische Arbeit ganz klar. nimmt auch zu. Aber eins muss man sagen, ich kann mit energetischer oder spiritueller Arbeit kein Trauma aus dem Nervensystem lösen. Das muss klar sein. Alles andere ist eine Lüge. Ich kann mit energetischer Arbeit das unterstützen, aber ich kann keine Traumatherapie ersetzen. Das muss klar sein. Und da wird vielen Geschichten erzählt. Also was ich ganz oft auch letztens auch wieder, da wird ein Seelenanteil zurückgeholt. Dann sagt die, naja, wir stellen so fest, ein Bauch ist ein Loch und so weiter. Und dann sagt sie, da müsste ja gar nichts sein. Ich sage, weißt du, wissen Sie, was das Problem ist? Die Schamanen holen häufig die Seelenanteile einfach so zurück. Aber wenn das ein innerer Kindanteil ist, dann muss ich mit dem erst mal arbeiten, sonst geht er wieder weg. Und das sind so Sachen, wo ich denke, ey Leute, die Heiler wissen dann oft Grundgeschichten aus der Traumatherapie nicht. Und umgekehrt, viele Traumatherapie heute kennen die ganzen energetischen Aspekte nicht. Aber das muss man ganz klar sagen. Ich kann mit spirituellen Übungen oder energetischer Arbeit kein Trauma lösen. Ich kann es unterstützen. Aber nicht lösen. Ich muss über das Nervensystem gehen. Weil in den spirituellen Praktiken eben dieser körperbasierte Aspekt fehlt. Ist das richtig? Bei einigen, nicht bei allen. Und es kommt ja hinzu, wir haben jetzt nicht viel Neurobiologie gemacht. Das kann man auch, wie gesagt, in meinem Buch nachlesen, wenn die Seele nicht heilen will. Aber Fakt ist, wir haben ja ein sogenanntes Toleranzfenster. Also so ein Fenster, wo man sagt, okay, also wie so ein Fenster, kann man sich das vorstellen, bei nicht traumatisieren, ist das breit. Das heißt, ich kann viel Freude, Liebe, Glück, aber auch Ärger, alles so meinen Toleranzbereich spüren. Genau, kann man es mal grob sagen. Also ich bleibe da immer in meiner Komfortzone und fühle mich letztendlich sicher und ruhig. Beim traumatisierten Menschen ist das Window of Toleranz schmal und ich rutsche immer in die Übererregung, Angst, Wut, Aggression, Stress. Grob, das ist viel feiner noch. Einfach nochmal nachlesen. Oder Untererregung, Depression, Dissoziation, Sinnlosigkeit etc. Das Problem ist, wenn ich jetzt aufwachen will, aber auch, wenn ich eine bestimmte, wenn ich Lichtarbeit mache, kann, wenn mein Window of Toleranz sehr schmal ist, kann es das nicht halten. Das heißt, nur ein Nervensystem, was halbwegs reguliert ist und wo ich damit dann auch ein breiteres Window of Toleranz habe, kann überhaupt Stille, Liebe, Frieden oder auch Licht halten. Es braucht einen Boden. Und deshalb auch hier, wenn das zu schmal ist, kann mein Körper, kann mein System das einfach nicht halten. Dann fliege ich da raus. Und beim Aufwachen, nicht für umsonst, ich habe ja mit einigen spirituellen Lehren zu tun und bin ja auch auf dem Weg. Meine beste Freundin und Assistenz ist aufgewacht und die sagen alle, Leute, wenn ihr euer Trauma nicht löst, dann fliegt ihr aus dem Aufwachen wieder raus, beziehungsweise ihr wacht auf in Stille, Liebe, Frieden und dann brechen die alten Traumata hoch. Aber dann fast im Sinne von einer Retraumatisierung. Kann man nur verwarnen. Also man kann gerne parallel laufen. Traumatherapie und spiritueller Lehre. Kein Problem. Nein, das geht. Aber zu denken, ich muss jetzt nur aufwachen und dann ist alles schick oder ich mache jetzt hier noch mehr, keine Ahnung, pleiadische Lichtarbeit oder ich weiß nicht was. Ich kenne mich damit sehr gut aus. Ich habe sehr viel mit diesen ganzen Dingen zu tun. Aber Fakt ist, bevor ich nicht traumatherapäutisch arbeite, kann ich das andere nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt tolerieren. Ja, ich finde das total spannend. Mir fällt jetzt gerade ein, mir ist mal eine Dame begegnet, die hat auch geklagt, dass sie seit elf Jahren Depressionen hat und das war einfach, also sie hatte sich im Prinzip mehr oder weniger damit abgefunden und ich sage, ja, das ist bei mir so und alle Ärzte sagen, das ist einfach ein biochemischer Fehler in meinem Gehirn. Ja, sehr gut. Auch wieder spannendes Thema. Und ich weiß noch, in der Zeit, als ich sie kannte, hat sie angefangen, Vipassana-Meditation zu machen und man hatte wirklich den Eindruck, dass ihr Zustand immer schlimmer wurde und auf einmal, nach ein paar Monaten, also sie hat mehrere Retreats gemacht und hat auch wirklich sehr rigoros zwei Stunden jeden Tag daheim meditiert und irgendwann fing sie sogar an, über Taubheitsgefühle in Händen und Füßen zu klagen und war zunehmend unfähig, zur Arbeit zu gehen und ich erinnere mich jetzt gerade einfach, wie ich in deinem Buch was sehr ähnliches gelesen habe, dass Taubheitsgefühle auch ein Symptom sein können von Trauma und ja, das war so für mich eins der Beispiele, dass vielleicht da so eine Flucht in Meditation und spirituelle Erleuchtung stattgefunden hat, aber der Schuss eigentlich ziemlich nach hinten losging. Ja, genau. Also ich habe da ja auch dieses Kapitel Trauma-sensitive Achtsamkeit im Buch. Der David Treleven hat da ein sehr schönes Buch drüber geschrieben. Der kennt sich mit Trauma sehr gut aus und forscht dazu und aber forscht auch zur Achtsamkeitspraxis und er warnt im Grunde traumatisierte Menschen davor. Er sagt, einerseits ist Achtsamkeitspraxis gut in einem leichten Level, weil du musst ja auch bei der Trauma-Therapie lernen im Hier und Jetzt zu sein und kannst du keine Trauma-Therapie machen. Wenn derjenige dissoziiert, das ist nicht ohne. Also du musst den immer wieder ins Hier und Jetzt und kannst nur aus dem Hier und Jetzt Trauma-Therapie machen. Das trainiert ja die Achtsamkeitspraxis. Voll gut, ja. Das ist dann wieder gut. Aber er warnt im Grunde vor Retreats. Er sagt ganz klar, stille Retreats, bei vielen ist still ein Trigger und dann bricht es dann hoch und wenn du dann keinen ausgebildeten Meditationslehrer hast, also jemand, der Trauma erkennt und das ist halt leider bei vielen spirituellen Lehren, bei vielen Meditationslehrern nicht der Fall, sondern die sagen dann, ach, geh mal noch tiefer rein. Das gehört jetzt dazu. Das ist jetzt hier irgendein spirituelles Phänomen und dann kann der Fett in eine Retraumatisierung rutschen. Weil, guck mal, zum Beispiel Babys, die lange, also Menschen, die Brutkasten Hintergrund haben, wie ich ehemals, in 70er, 80er Jahren wurden die liegen gelassen. Das ist eine massive Traumatisierung. Also das ist ein Lebensthema von Alleinsein. Und dann kann ich keine Einsamkeit mehr. Richtig. Und dann ist stille ein Trigger. Ja, wow. Dann ist stille ganz klar ein absoluter Trigger und der Trilleben hat dann auch Werkzeuge entwickelt, wie man das sozusagen so ein bisschen die Gefahr verringern kann und trotzdem meditieren kann. Das habe ich alles so ein bisschen aufgeschrieben. Das ist auch vernünftig, aber im Grunde ist es genau das, was er sagt. Ich hatte jetzt auch eine Klientin nochmal. Ich habe ja einige von spirituellen Lehrern und die war schon ein paar Jahre bei dem dabei und machte auch eine sehr gute Übung bei dem, wo man dann aufwachen kann. Und jetzt im Sommer hat sie das erste Mal beim Retreat gesagt, scheiße. Ich habe das erste Mal gemerkt, es ist eine hochintelligente Frau, dass ich eben nicht in die Stille gegangen bin, sondern dissoziiert habe. Aber das ist ein großes Thema für sich. Ich glaube, das würde heute den Rahmen sprengen, lebendige Stille und dissoziative Stille zu unterscheiden. Darüber habe ich aber auch ein Buch geschrieben. Ja, habe ich gesehen. Ja, das ist alles. Ja, sag du mal. Also, ja, ich merke gerade, dass hier so viele Dinge hochkommen und ich habe teilweise das Gefühl, wir haben manche Sachen nur angekratzt. Ja. Wow, wow. Auf jeden Fall werde ich, ich werde deswegen wahrscheinlich auch die Einladung an Zuhörer und Zuhörerinnen schreiben, dass sie, wenn sie tatsächlich spezifische Fragen haben, die mir schicken und falls da was zusammenkommt, vielleicht können wir einfach nochmal eine Folge aufnehmen. Ja. Ja, das wäre fühlt sich für mich gerade gut an. Katja, ich glaube, das ist eine super Idee, weil es ist so, ich kriege halt viele, viele Anfragen und ich kann die nicht bedienen, weil ich habe eine volle Praxis. Ja. und ich muss meinen Leuten helfen. Deshalb, das fände ich richtig gut. Ja, dann. Dass nicht wieder so Einzelfragen kommen, weißt du, da habe ich keinen Raum, aber so eine Geschichte wie heute, die können wir jederzeit nochmal dazwischen schießen. Total gerne. Ja, ja, dann mache ich das ein bisschen publik und sammle Fragen oder empfange einfach Fragen, wenn da welche kommen. Ja, ansonsten, wer mehr zum Thema Trauma und Aufwachen und Spiritualität wissen will, da mache ich, ich habe es jetzt, ich glaube, am 13. und 14. März mit meiner Kerstin, die eben Assistenz ist, auch traumatherapeutisch ausgebildet und die aufgewacht ist, mache ich jetzt zwei Tage Seminar genau zu dem Thema und da kann ich nur einladen, weil da werden wir auch Übungen machen, die sozusagen tieferen Seilenzustand gehen, die mal so einen Geschmack geben, aber natürlich ganz klar zur Problematik auch sprechen, Trauma und Aufwachen, aber eben auch Wege aufzeigen, gemeinsam üben und das ist natürlich insofern auch sehr toll, da die Kerstin ja aufgewacht ist und selber durch ihr Trauma gegangen ist, ist die natürlich beste Ansprechpartnerin und ich dann eben auch als Traumatherapeutin, die ja auch auf dem Weg zum Aufwachen ist, ist das glaube ich eine ganz gute Sache und ansonsten, falls es so Corona will, machen wir am 24. Januar auch nochmal einen Workshop mit Übungen, so Basics für Traumabetroffene in Berlin, das ist dann aber nur ein Tag, genau. Okay, super, ja, das kann man dann auch noch in die Beschreibung schreiben. Ja, aber gerne ein Webinar oder irgendwas, da können wir es so machen. Oh ja, ja, cool, cool, cool. Ja, gibt es noch abschließend, was du sagen möchtest, sonst noch? Ich kann nur sagen, Leute, habt Hoffnung, aber ihr müsst an euch arbeiten. Oh ja, oh, danke, ja. Also, es gibt einen Weg, es gibt auch einen Weg, wirklich ein gutes Leben zu haben, wenn ich komplex traumatisiert bin. Ich meine, ich kann dasselbe bestätigen, aber eins muss man halt sagen, es ist unter Umständen, wenn ich jetzt nicht nur ein einzelnes Trauma habe, wie einen sexuellen Übergriff, also einen Vorgang, das kann ich ein paar Stunden bearbeiten, wenn da sonst nichts ist, wenn mir mit den Eltern alles schick war. Ja. Aber wenn in mehrere Geschichten sind, dann muss ich wirklich, und das müssen sich die Leute klar machen, dann muss ich mal zwei, drei Jahre Heft ja an mir arbeiten, zwei wöchentlich, sage ich immer. Und das muss ich halt mal tun, dann muss ich halt mal investieren, Zeit und Geld und Kraft. Da geht kein Weg dran vorbei. Und dann muss ich eben immer mal wieder ran, unter Umständen. Das ist so ein bisschen, sich klar machen, okay, ich habe da ein Thema, das soll mich nicht begrenzen, das soll mich auch nicht einschränken im Leben, aber damit muss ich was tun. So wie wenn ich Diabetes habe, sage ich immer. Da kann ich auch nicht sagen, ich will mich nicht spritzen, weil ich keine Lust habe, dann überlebe ich nicht. Sondern ich kann ganz klar sagen, okay, so ist es, das ist mir widerfahren, finde ich immer noch scheiße, aber ich gehe da jetzt meinen Weg und ich arbeite an mir und dann kann ich ein gutes Leben haben. Und das ist mein Versprechen. Es gibt Ausnahmen, wo die Traumatisierung so heftig ist, dass da nicht viel zu holen ist, aber da sind wir eher, naja gut, will ich jetzt nicht ausweiten, aber das ist selten. Also die meisten, die ich habe, so gut 99 Prozent, da ist es so, man kann, das ist manchmal super harte Arbeit, aber man kann da... Ja, aber lohnenswerte Arbeit vor allem. Ja, absolut. Und ich, also meine Lehrerin, bei der ich gerade meine Ausbildung noch beende, die ist eben auch, hat sexuelles Trauma auch in der Kindheit erlebt und deswegen auch viel, also hat dann auch Neurobiologie und so Sachen studiert und sich viel ausgebildet und hat eben auch gesagt, dass Trauma ihrer Erfahrung nach eben wirklich auch zum Wachwerden helfen kann, weil wir unter anderem vor allem lernen, in uns selber all diese abgespaltenen Aspekte mit ganz viel Liebe, denen Fürsorge zu geben und uns um die zu kümmern. Und das ist ja im Prinzip, was wir wollen, wenn wir Spiritualität verfolgen, dass wir in Licht und Liebe leben wollen. Und wir dürfen es dann durch schwierige Erfahrungen an uns selber im Prinzip lernen. Und ich glaube, dafür ist es wirklich ein ganz schöner Katalysator, dass ich lernen kann, all diese inneren Kinder in mir mit ganz viel Liebe zu halten. Genau, das. Und es ist natürlich auch der Vorteil beim Somalic Experience, ich werde mit meinem Körper immer sicher. Oh ja, ja, ja. Das ist ein Nebeneffekt quasi, dass ich dann merke, wow, ich kann ja meinem Körper vertrauen. Eben war es dann auch merkwürdig und eng und sonst wie. Und jetzt ist Weide da. Das heißt, ich kriege immer mehr Sicherheit. Ich bin immer mehr irgendwie sozusagen auch geerdet letztendlich. Und kann dadurch ganz andere Dinge im Leben halten und stemmen auch. Also das ist schon toll. So auch das Wachwerden, weil ich glaube, das ist ja auch nicht immer irgendwas über den Verstand, wie alles in der spirituellen Welt oft gehofft wird, glaube ich. Sondern ich muss ja im Körper sein, um das wirklich zu verkörpern eben. Richtig, richtig. Und da ist sowas wie Somatic Experiencing auch echt ein toller Weg. Genau. Also man braucht nicht schönredend. Komplexe Traumatisierung ist richtig scheiße. Missbrauch ist richtig heftig von den Symptomen. Aber, und das ist der Punkt, es gibt einen Weg raus. Ja, ja. Danke. Super. Ja, genau. Ja. Dann vielen Dank, Katja. Ja, voll gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut, dich dabei zu haben. Dankeschön. Ja, ich fand es auch schön. Es war ein schönes Gespräch. Total. Total. die vidéosragelung Und da ist das also